Jetzt, wo du eine Menge HTML-Text gesehen hast, wird sich der Rest dieses Kurses mit CSS beschäftigen und alles, was du mit CSS machen kannst. Um dich zu begeistern und dich zum Dranbleiben zu bewegen, möchte ich dir eines der besten Beispiele zeigen für alles, was du tun kannst. Und das ist eine Seite namens csszengarden.com. Du kannst sie nachher selbst ausprobieren. CSS Zen Garden ist eine einfache Seite mit Überschrift und Hintergrund und Text und all diesen Dingen. Aber das Tolle daran ist, dass es eine Galerie von Entwürfen von Leuten ist, die genau denselben HTML-Code verwenden und nur das CSS ändern, um zu sehen, wie viel sie nur mit CSS verändern können. Ich zeige es dir mal. Hier ist noch ein Beispiel. Vergiss nicht, das ist genau das gleiche HTML, das du auf der vorherigen Seite gesehen hast. Der einzige Unterschied ist das CSS. Hier ein anderes Beispiel. Es ändern sich also nicht nur die Farben, sondern die Dinge werden auch in einer anderen Reihenfolge auf der Seite angeordnet. Und das hier macht es wirklich anders, so sieht es jetzt aus wie ein Stadtbild mit diesem Titel, welcher hier unten erscheint, und hier drüben ist der Abspann, und oh mein Gott, die Sachen bewegen sich und das alles ist nur CSS. Vielleicht ist es noch nicht CSS, das du verstehst, aber wenn du weiterlernst, wird das alles auf Knopfdruck verfügbar sein. Wenn du dir genug Mühe gibst, kannst du schöne Webseiten erstellen, die genauso aussehen, wie du sie haben willst. Mach weiter.